Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Infovideo. Das Thema heute untergeschobene Verträge am Telefon. Drei nützliche Fragen fürs Gespräch. Werbeanrufe ohne Einwilligung sind gesetzlich verboten. Doch das Geschäft mit den aggressiven Verkaufsmaschen am Telefon blüht noch immer. Mit den Tipps könnt ihr euch gegen untergeschobenen Telefonverträgen vorbereiten. Ob Zeitschriften, Telefonvertrag oder ein anderes Dauerschuldverhältnis. Unerwünschte Werbeanrufe und untergeschobene Verträge kommen trotz hoher Bußgelder immer noch vor. Auf die Gespräche könnt ihr euch leicht vorbereiten. Mit drei einfachen Fragen sammelt ihr die richtigen Informationen, um unseriöse Anrufer zu melden. Solange ihr den Vertrag nicht schriftlich genehmigt habt, dürft ihr seit dem 1. Dezember 2021 bei Telekommunikationsverträgen keine Kosten erwarten. Viele Verbraucher beschweren sich über lästige Anrufe von Telefon- und Internetanbietern, Energieversorgern, Banken, Versicherungen oder Zeitschriften, was man ja so kennt. Allerdings sind auch viele Trading-Abzocken mit dabei. Hier sieht es nochmal etwas anders aus. Aber solche Anrufe können ärgerliche Folgen haben. Betroffene erhalten Rechnungen oder das Geld wird vom Konto abgebucht. Häufig werden auch persönliche Daten abgefragt und einfach weitergegeben, was noch mehr unerwünschte Anrufe nach sich ziehen dürfte. Eine Umfrage von der Verbraucherschutzzentrale hat ergeben, dass wohl mehr als die Hälfte der Deutschen schon einmal unerwünschte Telefonwerbung erlebt haben. Ich denke mal, die Dunkelziffer dürfte noch viel, viel höher liegen. Werbung am Telefon ist rechtswidrig. Zwar ist Telefonwerbung ohne eure vorherige ausdrückliche Einwilligung rechtswidrig, trotzdem können telefonisch geschlossene Verträge in vielen Fällen rechtlich wirksam sein. Das Anti-Abzocke-Gesetz von 2013 sieht Bußgelder bei unerlaubten Anrufen vor. Das Gesetz regelt außerdem, dass telefonisch angebahnte Verträge bei Gewinnspielen erst nach schriftlicher Bestätigung wirksam werden. Mit dem 1. Dezember 2021 geltenden Telekommunikationsgesetz § 54 sind Verbraucher besser vor untergeschobenen Telefon- und Internetverträgen geschützt. Bei Abschluss am Telefon muss der Anbieter unverzüglich anschließend in Textform Informationen zur Verfügung stellen. Und die Verbraucher müssen den Vertrag in Textform genehmigen. Solange ist der Vertrag schwebend unwirksam. Am 1. Dezember 2021 ist die Novelle des Telekommunikationsgesetzes in Kraft getreten. Mit ihr verbessern sich die Rechte für Kunden im Bereich Telekommunikation. Dazu gehören zum Beispiel kürzere Kündigungsfristen bei automatischen Vertragsverlängerungen, eine Minderung und ein Kündigungsrecht bei zu geringer Bandbreite im Internet zum Beispiel. Entschädigungen in verschiedenen Fällen, wenn man die Leistung nicht voll erhält. Und grundsätzlich gilt nun auch mehr Transparenz. Was man am Telefon lieber tun sollte? Fragen stellen statt Antworten geben. Trotzdem bekommen Verbraucher weiterhin unerwünschte Werbeanrufe, die oft in untergeschobenen Verträgen münden. Die Verbraucherzentralen fordern deshalb, dass solche Verträge erst nach schriftlicher Bestätigung des Verbrauchers rechtswirksam werden. Das ist gesetzlich leider noch nicht ganz so geregelt. Wer einen unerwünschten Anruf bekommt, sollte Fragen stellen. Wie zum Beispiel, mit wem spreche ich? Wie ist ihr Name? Für welches Unternehmen rufen sie an? Fragt am besten auch nach einer Rückrufnummer und der Geschäftsadresse. Was ist der Grund des Anrufs? Solche Fragen solltet ihr immer direkt am Anfang stellen. Darüber hinaus solltet ihr die Anrufer darauf hinweisen, dass sämtliche Daten gelöscht werden sollen und dass sie künftig nicht mehr angerufen werden wollen. Das heißt, wenn ihr keine Anrufe mehr erhalten wollt, müsst ihr den Anrufenden darauf hinweisen. Und dieser muss diesem auch unverzüglich Folge leisten. Hat hier allerdings schon ein Gespräch stattgefunden und wurde euch ein Vertrag untergeschoben, könnt ihr zwei Dinge tun. Widerruft den Vertrag. Die Frist dafür beträgt mindestens 14 Tage. Manchmal kann das auch etwas länger gehen. Die Frist beginnt mit Vertragsabschluss. Aber nicht bevor ihr die Ware erhalten und dieses Widerrufsrecht darüber informiert wurdet, erhält man keine Informationen vom Widerrufsrecht. Also das heißt in Schriftform, per E-Mail oder per Post. Dann habt ihr auch noch keinen Staat des Widerrufsrechts gehabt und dementsprechend verschiebt sich der Staat, bis ihr etwas schriftlich bekommen habt. Das muss der Anrufer auch nachweisen im Zweifelsfall, wann ihr diese E-Mail erhalten habt oder wann die Post bei euch eingegangen ist. Zum Beispiel mit einem Einschreiben. Besonderheiten gibt es im Internet und bei Handyverträgen. Ein Telekommunikationsvertrag muss seit dem 1.12.2021 in Textform genehmigt werden. Solange ist der Vertrag schwebend unwirksam, bleibt die Genehmigung aus, muss kein Wertersatz gezahlt werden. Auch wenn die Leistung schon vorher erfolgte. Das heißt, eine Widerrufsfrist wie bei anderen Verträgen muss man dann nicht mehr beachten. Grundsätzlich gilt auch, man sollte den unerwünschten Werbeanruf, wenn er denn erfolgt ist, auch melden. Werbeanrufe ohne eure vorherige Zustimmung sind schlichtweg verboten. Verstößt dagegen oder Verstöße dagegen könnt ihr der Bundesnetzagentur melden. Die Höhe der Bußgelder oder die dann Bußgelder verhängen kann. Die Verbraucherschutzzentrale und die Bundesnetzagentur gehen gegen Werbeanrufe vor. Schreibt daher grundsätzlich immer eine Beschwerde an die Verbraucherschutzzentrale und im besseren Fall noch direkt an die Bundesnetzagentur. Wenn man beide informiert, dann ist die Chance ziemlich hoch, dass dann auch irgendetwas passiert. Grundsätzlich werden diese Daten immer erfasst. Sollten mehrere Kunden eine Beschwerde gegen immer das gleiche Unternehmen einreichen, ja umso eher kann hier auch eine Behörde ermitteln. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen eben gibt und welche Rechte jeder hat. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von den gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist auch, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir alle nie ganz verstehen werden, wie man auf sowas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Daher teilt sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Und wenn du magst, dann klicke jetzt gerne noch auf eins der letzten Videos direkt aus der Playlist. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.